und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Starbound und in dieser Folge kümmern wir uns um den großen Bossfighter. Ich stelle schon mal das Ding da oben auf. Ja und Sagas ist auch wieder dabei übrigens. Ja. Ja, der von CdP. Sie reden halt über mich mit dem Boss. Spaß. Okay, bist du bereit? Ich drücke jetzt drauf. Ich aktiviere es. Bist du bereit? Ja. Mach die Tür da unten schon mal auf. Dann komme ich rein gerannt. Und? Komm, 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 komm. Binguine. Da sind sie. Die Folge muss mir auf jeden Fall mal angucken. Die zwei jetzt hier, die wir gerade machen. Gut, Baller drauf. Nice. Wir haben die richtig geile Position. Komm, den kriegen wir da und guck mal, wie viel Schaden der frisst. Nice. Mist, ich muss die Waffe etwas nachladen. Ja, lass lieber mit denen drauf. Gleiche da. Ah, kaputt. Ja, Mann, wir schaffen das. Wir kriegen das hin. Hm, wow. Wow, wow, wow. Bitch. Ja, Junge. Hammer, nice. Hammer, nice. Wir haben ihn. Machst du so schnell? Ja. Ja. Durch unsere genialste Konstruktion hier. Nice, ich habe sogar fünf von den Dingern bekommen. Und was ist das? The Warding the Penguin, ein Buch. Nice, Hammer, den haben wir. So, dann mach den, dann mach den Amboss. Mach ich. Stell ihn da hier hin. Ey. So, nice, wie du so fast verwundet warst, tot bist, nicht so, lalalala. Hui. So, scheiße, wo ist hier der Amboss? Auf unser Schiff. Das hier ist doch unser Schiff. Aber wer haben wir? Junge, was hast du mit dem Amboss gemacht? Dave? Oh, oh. Liebe YouTuber, ich fürchte, Skype ist abgekackt. Ja. Darum, ich gucke mal eben, wie lange haben wir schon aufgenommen. Ja, oder, es ist mein Internet, das rumspackt. Hm, was soll ich jetzt machen? Ich könnte möglicherweise auch die Folgen zusammenschneiden. Hm, ne Sekunde. Ich probiere nochmal jetzt so drauf zu bejoinen. Ich meine, das kann auch am WLAN liegen. Ich habe heute zum ersten Mal ein neues WLAN bekommen. Und das schmiert jetzt schon zum dritten Mal heute ab. Hm. Keine Ahnung, Leute. Okay, dann machen wir folgendes hier. Dann eine Sekunde noch, das tut mir jetzt nicht leid. Einmal so und einmal so. Und dann müssten wir jetzt gleich alles wieder machen. So. Boah. Das war das Internet schon wieder. Bei WLAN. Aber die Folge läuft immer noch. Ey, ohne mich. Ich glaub's grad selber. Ey, ey, ich glaub das grad nicht. Was? Auf der P4 gibt's schon wieder einen Hackermann. Hier, der ist einfach mal in dem... Der steht hier. Oh, irgendwie auch nicht, weiß doch. Alter, Philipp, ohne Scheiß. Mach's gleich wieder Kabel rein, das nervt. Ja, ja, was ist denn das? Ist der Server immer noch oben? Ja. John's Server? Oh, na, bitte. Muss man das nicht an der Werkmarkt machen? Nein, Junge. Doch. Nein. Junge, ich bin halt an der Werkmarkt, und da steht zufällig Metal-Workstation. Ja, dann, nimm die Einladung an. Junge, du Pisser. Komm auf mein Korschef. Nöö. Hier, geh dran, aber Hauptsache du weißt alles besser. Ja, weiß ich auch. Nöö. Ich sag ja, das ist da. aber zufällig brauchen wir einen Amboss ja Junge zufällig jetzt ja wir brauchen einen Amboss um das machen zu können ja ich hab nur gesagt dass man das Ding an der Crafting Table macht Tja dann drückt ich für besser aus Tja leck mich und jetzt machen Amboss hm Bock Tja ok dann eben nicht Tja man eben nicht ja warte ich kann nicht mal sein Tja ich hab nicht Juuu ich hab ihn getötet Jawoll ich geb ihn mit meinem Messer Junge ich such grad Amboss wo ist der Amboss hier keine Ahnung wo ist der hin der ist einfach verschwunden wir hatten da ja eigentlich ein Amboss stehen äh Iron Bar hast du welche äh ja 7 ich brauche Machert Machert warte ich kann gucken ob ich nicht vielleicht den doch ich hab ich hab das doch ich hab noch den Amboss hier ich hab den noch hier drin Ach Kiddie Leck! Ja Junge ich muss den aufheben Läuft doch einfach bei euch es gibt her was den Amboss ach so ich dachte du jetzt Junge du musst ihn rauswerfen fuck you bitte geht doch mein Gott mein Gott und Metal Workstation biatch so wow ey was ist gerade passiert Junge ich will nicht Crafting so so zack mhm da Star Map Upgrade Scheiße dafür brauchen wir auch noch Album Bars ok ich geh mit dir mach ok ich hab aber nicht genug Pixel die hole ich mir jetzt einfach schnell Junge ich muss nur ein paar Viecher töten mhm du weißt wie schnell das bei mir geht so da haben wir den ersten Kollegen so ein Angeber manchmal so der erste ist Schmeidern man hört's gut Arsch wo soll das damit ah da ja ich finde erst mal dass da irgendwann mal die Ahnung gottlos und spiele gerade zugleich bei Steam ähm nein nur betrachten Moment nur der sie uns da baut ach so aber nein ich hab's vorgestern gab's für 5 Euro aus Team Left vor der 2 cool hab ich mir erst mal gebürt und mir das abgab gepatcht nein oh ich bin vergiftet das Gliedmaßen n wohl soll o es war eine Bandage so na du weißt nicht wie lange wir gebraucht haben um zusammen Starboard endlich hinzukriegen ne ja ja das war richtig heftig warum weil es gespackt hat lange dauert aber im Endeffekt war es so easy war ich da bei euch ja schrittet ui und ich hab das damit abgabiert wird mh ey ooo 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 scheiße stimmt ja ich kann nur mit meinem Schiff weiter fliegen boah beta mh beta mh beta modus nice mit deinem Schiff weiter jo ich fliege dann erst ein alter ich hab ein entgegen Planeten gefunden ist auch richtig groß scheiße dafür fehlt uns das fuel Dave du verhungerst gerade so hab das fuel wieder hergestellt junger geh vom Stuhl runter als Maul also kannst nur du damit fliegen oder wie ja ich hab ja das am abgabiert ja schlug er hat mich betätigt und ich vertreten in dem ältere Werte Prozent bis jetzt erst was das war nicht gebt ja Junge ich muss er den Planeten wieder finden wegen dir schlug wo alle so da warten die dazu wird die 20.000 da auf dem Platzmann war es ist gut so man sieht wo ja gott halte ich muss jetzt richtigen planeten aussuchen ordentlichen der sieht aus er geht auf den sektor dazu die folge nennen ganz schlicht da los kommen auf mein schiff das ist jetzt schon losfliegen ja das ist schon unterwegs jetzt kommen doch wo auch die ich habe er gesagt wir sind unterwegs war da musst du gleich mal das Spiel schafft musste später sicher auch die Gartier so lange so ja ja und das oder vielleicht auch nicht die und bis zu weg Prozent Prozent dass er auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen Kohlabbau ja das ist auch wieder auf unser Planeten also 2 die Jahre wir lassen ein Schiff jetzt einfach mal da hinten muss er das ja auch sagt dass ich weiß deswegen Flieger mit meinem Schiff weiter und die Welt nicht davor die Augenhöhe zu stoppen und da unten sehen wir den Planeten ja der ist der sieht richtig geil aus ja ich bin nicht drauf warum bist du nicht drauf bei mir hängt die Starboard gerade auf super was geht auch alles falsch genau da wo wir gerade Stargast haben sieht aber richtig nice aus hier oh Junge was oh die Kinder sind meint er so ich spiele am Freitag ja gegen den FIFA meint er so ich mach dich am Freitag gegen FIFA kaputt ich freu mich wer weiß ach oh oh bei mir spackt das bei mir spackt Starboard bei mir spackt Starboard auch gerade mega rum scheiß ich kann nicht mehr abbauen ich habe Kukraff was ist dafür als die Katze der zwei Kostenlose aber so was er Held abdelt und schon mal sagen die Kürzmann der Berliner weiter abkommt Prozent was kommt da Prozent wie heißt es hier boah, mein Fresser Junge, warum kann ich das nicht mehr abbauen, verarschen ich kann wieder abbauen ja, ja, ich gehe jetzt erstmal hoch auf dein Schiff das Server funktioniert nicht mehr nicht? dann beenden die Folge jetzt hier, bevor der Server abkommt ja, okay, dann sehen wir uns später wieder, Leute man sieht sich, ciao